Okay, also, mal nehmen wir ein bisschen Tabak. Was? Ja. So viel Tabak drin, rein. Hauptsächlich, du musst ganz locker liegen. Das ist jetzt so, weil ich das voll hingezogen habe. Das heißt, ich muss immer zwischen, wenn du sprichst, zu dir und danach... Oh, du synchronisierst einfach. Ja, ja, aber was? Sie macht es nicht ernst. Von vorne? Schon wieder? Nein, das geht schon. Okay, also... Kapiert jeder. Okay, super. Wir haben gerade hier ein bisschen Shisha-Tabak reingetan. Sehr, sehr... Hier, Shisha-Tabak. Mit Käse. Mit... Mit... Mit Käse. Mit Käse. Sehr gut, genau. Okay, und jetzt kommt ein bisschen... Uah, ist der Hand sehr nah. Und Lasse drüber. Käse, Honig, Kirsche. Ja. Sehr gut. Ja, der ist zwei Wochen gereift, ne? Eigentlich ist es super. Der ist ja schon fast weg, soll. Bitte? Wächst. Was? Was? Ähm... Und dann hier... Das ist ganz wichtig. Das ist ganz wichtig. Pass auf! Hier. Hier. Schütteln. Moment, Moment, Moment. Ich hab's jetzt wieder reingezogen. Wenn das so schön ist, dann kommst du mal auf dem Bild raus. Ach so. Ich muss erst weiter weg jetzt. Jetzt kannst du schütteln. Sehr schön. Dass sich der Tabak lockert. Dass sich der Tabak lockert. Dass sich der Tabak lockert. Und dann... Machst du das? Ich hab's nicht davorgestellt. Das ist schon wieder meine Hand davor. Ist hier gar nichts, was ich die Kamera ziehe weg. Sehr schön. Jetzt kannst du aber auch irgendwelche schönen Sachen reinstechen, und nicht nur bloßes Viereck. Ähm... Ne. Jetzt nicht. Das ist halt du. Nicht so schnell bewegen. Kann das doch nicht... Ey, dann noch ein bisschen verbrannt. Guck dir, 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 guck dir. Nein, ich hätte mir jetzt auch mal auf den Pole verteilen können. Ja? Hätten wir den Pole verteilen können? Nein, ich hätte mich nicht auf den Weg. Ja, aber ich war nicht rumgeführt. Ja, aber ich hab von dem Pole für ein Paket gekauft. Ein blasender Roman. Da ist er bestimmt. Ey! Machen wir weiter in Excel hin. Ich möchte keine U-Hörer. Ich muss weiter kommen. U-Hörer. Ja, sag's gleich. Aus dem Braunschweig. Braunschweig? Ja, wohl da haben wir noch so ein Schnapp. Wir brauchen einen Fall, wir haben immer noch was davon. Ja, ich hab's drauf. Die Vertreter haben wir unterhalten. Wolle dann auch. Niesstlösung. Na, ihr sagt, ich braucht einen. Schön, wer bläst. Ja? Hahahaha! Wie sagst du da aus Erfahrung? Ich habe gerade schon genug abbekommen, da ist gerade alles in meinem Gesicht. In your face. Ja, in your face. Wobei es nicht der Rest ist. Es schreit schon. Oh, so heiß ist der Klo. Wo ist das Dusch? Das Ach so, weil du so ein Schiff jetzt machen. Du hast das Bild aus meinem Kopf. Ja, mach es heiß. Ja, nochmals. Jetzt ist es heiß. Aber da ist ein Luftwirtstück in der Mitte. Das soll das so sein. Das soll das so nicht sein, aber am besten das Ganze muss... Dann musst du mehr blasen. Nein. Ich glaube, ich könnte das mal in der Konzentriere jetzt ändern. Das soll immer nach. Warte. Ja, nochmal. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, gut. Juhu. Ja. Er ist auf der Rand. Nein, das passt schon. Ach, der ist auf der Rand. Bist du drauf? Jaja, kurz vor dem Blatt. Deckel drauf und schläft. Deckel drauf und schläft. Ja.